Willkommen zu emergency 2016 mit major skippy Hier geht es genau an dieser stelle weiter absturz absturz stelle mit sek drohne finden man sehen wo ich die habe sek roboter da ist sie ich denke mal den schicke ich hier vorne hin und bis er da ist kann ich hier meine ganzen polizisten aus dem letzten let's play mal hier wieder einsammeln wir haben nämlich die ganzen streikenden mobs hier zusammengehalten hier vorne auch so ihr dürft alle einsteigen und links könnt ihr sehen auf der karte diese sek drohne braucht noch ein bisschen ist doch etwas ländlicher was hier das stück angeht ich benötige aber bestimmt auch einen notarzt den kann ich ja schon mal holen ein rtw so haben wir ein bisschen an die seite da kannst du die drohne mal starten da bin ich mal gespannt oder hole ich ein heli sehr gut sie haben die absturz stelle er kann hier nicht landen die zerstörte hier schalten sie die stromversorgung aus um das wrack zu bergen alles klar das klick nach ingenieur ich weiß nicht berge fahrzeug feuerwehr zum rausschneiden da oben rechts steht schon ich brauche die feuerwehr alle verletzten personen mit der rettungsschere herausschneiden das kann ich ja nur mit dem rüstwagen da ist schon der rtw kann ich ihn noch da unten hinschicken so drohne lade ich mal wieder ein da ist schon der ingenieur ich glaube hier an das stromhäuschen muss der genau genau so feuerwehrmann mit der rettungsschere eben warten bis der strom weg ist sofort die stromversorgung wurde abgeschaltet sie können sofort die pestforscherin bergen yes in ordnung sind bereit ok hör dann kann der ingi wieder weg die drohne hat sich auch erledigt damit der verkehr wieder fließen kann hier so jetzt zieht er die da aus dem frack raus kein problem kann der notarzt gleich vollgas geben hier schön versorgen ok er sammelt noch seine schere ein aus dem zerstörten flugzeug geborgen sie sollten sie umgehend medizinisch versorgen ist in arbeit ich glaube die beiden können wieder weg ist in arbeit jawoll erwarte befehle erwarte befehle erwarte befehle ich glaube aber ich lass den rtw oben rechts steht alle opfer mit sanitäterteam abtransportieren zwei ich habe jetzt aber hier nur ein opfer deswegen lass ich den rtw nochmal hier wird gemacht weil mit dem heli kann ich nur eine person abtransportieren so wo ist hier das zweite opfer also ich sehe keines hm mal gucken vielleicht kommt das gleich jawohl was geht's in ordnung ja wo ist denn hier noch ein opfer also ich sehe hier kein opfer mehr hallo was denn hier los was ist das da oder muss ich da noch einen rausschneiden ich schau mal bin bereit in ordnung vielleicht muss man das zweimal machen ne also er hat die schere jetzt hier geht nichts mehr also da ist kein opfer mehr aber hier sind die stromleitungen auch kaputt ich muss mal kurz auf pause machen also auf der karte sieht man nur dass hier was sein soll mal so da habe ich einen geborgen ich probiere es mal mit dem bergefahrzeug vielleicht unter dem baum vielleicht brauche ich auch die rettungshundestaffel hier vielleicht muss ich noch einen finden ich probiere es einfach mal ach oben rechts steht da steht es ja auch soweit hatte ich noch nicht gelesen mein fail wieder mal so dann kann der weg ein heli kommt die können einsteigen mal hier zur seite fahren oder schicke ich die weg ne ich lass sie mal erstmal eine seite und spule mal etwas vor da ist er schon rex hier muss ich nichts bergen such so da geht schon hier in die richtung da kann man schon immer ein bisschen erahnen da kratzt er dann liegt da jetzt einer oh genau genau unter dem auto dann könnt ihr alle abziehen ja erwarte befehle kein problem schreibt mir doch mal in die kommentare wie hat euch denn so emergency gefallen ich habe jetzt so viele folgen gemacht ich weiß nicht wie weit das hier noch geht ich mache einfach eins nach dem anderen bis ich auch diese kampagne hier durch habe mal sehen wie viel dann noch kommt bin dabei ja wird gemacht ein steigern bitte so fly away und sehr schön oh ein video was stand da auf dem boden der tatsachen jetzt bin ich schon hamburg ach gibt es in jeder stadt dann nur einmal so ein paar neue quests vielleicht okay eine polizei blockade raste jetzt durch ne irgendwas passiert doch jetzt so viel polizeiaufgebot aus angst vor dem ausbruch der pest wurde in hamburg eine ausgangssperre verhängt oha halten sie zivilfahrzeuge davon ab in die innenstadt einzufahren und sorgen sie dafür dass die ausgangssperre ruhig verläuft alles klar ist in arbeit da ein streifenwagen da muss ich noch weiß gar nicht mal das mit alle straßensperren absichern und verkehr umleiten ah da muss ich die mit der kelle auch jetzt hinstellen boah das habe ich ja noch nie gemacht was ist denn hier stadt einwärts so ich muss erstmal sehen wo denn hier stadt einwärts wäre also von da kommend umleiten wie soll ich den verkehr hier umleiten die surfen die surfen nicht in die innenstadt und fertig oha die fahren die streife ganz hamburg gesperrt die ganze innenstadt so verkehr umleiten ja wie mache ich das denn und kann ich hier mit dem streifenwagen überhaupt hier so eine straßensperre errichten ich bin gespannt erwarte befehle so ihr setzt euch mal davor so mal sehen sie haben ihre straßensperren errichtet achten sie auf ankommende fahrzeuge ach so einfach mit dem pkw davor stellen alles klar so den stelle ich mal da hin bin dabei wink mal mit deiner kelle wir sollten blendgranaten einsetzen um die gangster zu betäuben und sie dann verhaften ok der dreht ab wunderbar bin bereit alles klar verstanden super so was ist hier los die kloppen sich da auf dem fußballfeld mehrere personen also mannschaftstransportwagen ok ich sehe schon sunny auf jeden fall schon mal einen hier hin ok ich sehe schon ich brauche noch einen heli der eine reicht gar nicht mehr wird erledigt wird gemacht verstanden sofort eine verletzte person wurde noch immer nicht behandelt wir sollten sie aus dem gefahrenbereich evakuieren oh ganz wichtig speichern ich mach da einfach mal vier von so in der stadt findet auf offener straße eine schlägerei statt nehmen sie die beteiligten na jetzt geht es aber ab hier noch so ein transportwagen versorgen sie die opfer notarzt und ein rtw so die kollegen sind da alles klar erwarte befehle bin bereit einer sprüht der andere nimmt fest bitte danke zu befehl wird erledigt höre ok 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 erwarte befehle zu befehl zu befehl höre ist in arbeit was geht's kein problem so die muss ich jetzt alle erstmal versorgen bin bereit ok doch so viele wird erledigt ist in arbeit was geht's der Mannschaftstransportwagen bringt alle Gefangenen zu den Arrestzellen in der Basis so aber nicht wegfliegen ich habe die befürchtung dass der wegfliegt wenn er eingestiegen ist und den Arzt da lässt ja habe ich mir schon gedacht wird erledigt eine verletzte Person wurde noch immer nicht behandelt wir sollten sie aus dem Gefahrenbereich evakuieren wie viel kann ich denn mitnehmen nur einen ok was geht's verstanden höre bin bereit alles klar was geht's in ordnung erwarte befehle sofort ihr könnt nur einen aufnehmen bin bereit wird gemacht dann holt ihr euch den anderen der RTW ach den schicke ich jetzt einfach nach Hause so viel zu tun hier höre wir sollten Glendgranaten einsetzen alles klar kein Problem ja in Ordnung bin dabei ja kein Problem bin bereit sofort bin dabei erwarte Befehle ihr seht das schon ich klicke hier wie ein Verrückter höre bin bereit in Ordnung erwarte Befehle der Rettungstransportwagen bringt das Aufer zur Krankenstation in der Basis höre verstanden so wie sieht es hier oben aus erwarte Befehle zu Befehle erwarte Befehle der Mannschaftstransportwagen bringt alle Gefangenen zu den Arrestzellen in der Basis was geht's jetzt habe ich den RTW dort natürlich weggeschickt ja klasse Skippy alles klar was geht's oh hier kloppen die sich auch wieder ach blendgranate das heißt ach so viele Baustellen hier da komme ich glatt wieder in Stress höre in Ordnung eine verletzte Person wurde noch immer nicht behandelt wir sollten sie aus dem Gefahrenbereich evakuieren und behandeln so da brauche ich hier das SEK SEK helikopter hole ich mal wird gemacht Notarzt auf jeden Fall RTW noch nicht verfügbar der wird hoffentlich gleich abgeholt hier der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis alles klar so die Baustelle ist erledigt die Kollegen sind da zu Befehl in Ordnung kann ich doch eigentlich rauffahren ja dann haben die es gleich nicht so weit so endlich ist der Heli da bin dabei zu Befehl das wird gleich stressig hier das muss ich schnell muss ich gleich schnell die blendgranaten los schicken und die festnehmen und ach alles mögliche aber das ist demnächst im Let's Play vielen dank fürs zuschauen bei emergency 2016 euer Mage SGB